Gerade jetzt, in den Zeiten der vielfältigen Krisen, ist es wichtig, dass wir einander wahrnehmen, einander sehen, dass wir die Empathie füreinander stärken. Deswegen mache ich mich auf die Pilgertour der Hoffnung. Ich lade Sie ein, seien Sie mit dabei auf der Pilgertour der Hoffnung 2023. Es geht vom 24. Juni bis zum 1. Juli von Bonn bis nach Bingerbrück auf dem Rheinsteig. Genau 197 Kilometer haben meine Kolleginnen ausgerechnet. Jeden Tag 25, 30 Kilometer Zeit, um gemeinsam zu gehen, reden, beten, segnen und einander sehen, weil das die Jahreslosung ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich freue mich sehr, wenn Sie mit dabei sind. Alle weiteren Informationen finden Sie hier auf den sozialen Medien und seien Sie mit dabei. Ich freue mich.